Franziska zu Revenloh, das Logierhaus zur schwankenden Weltkugel. Wir fanden ihn, nämlich Hieronymus Edelmann, auf einer spanischen Insel vor, wo er schon seit Jahren sein Wesen trieb. Wie er dahin gekommen war, Gott, wie man eben irgendwo hinkommt, dachten wir anfangs, und später wussten wir überhaupt nicht mehr, was von der Sache zu halten sei. Sie warf rasch einige stechende Blicke auf die Versammlung und begann, sich mit altfränkischen Verneigungen nach allen Seiten hin vorzustellen. »Habe die Ehre! Rabenschnabel! Frau Rabenschnabel! Rabenschnabel!« Die Stimme fügte sich dem Ganzen aufs Glücklichste ein, klang krächzend, knarrend, unheilverkündend wie der Name selbst. Man war beim Anblick dieser Dame durchaus durchdrungen von dem Gefühl, dass nur sie und keine andere Frau Rabenschnabel sein konnte. Er war tot, und es war ihm unsagbar unangenehm. Die ganze Sache kam ihm so deplatziert und taktlos vor. Von jeher hatte er sich dagegen verwahrt, im Bett zu sterben, und immer aus tiefster Überzeugung behauptet, er würde einmal durch Selbstmord oder Unglücksfall enden. Nun war ihm die verwünschte Krankheit über den Hals gekommen. Man hatte nicht einmal Zeit gehabt, ihn ins Krankenhaus zu schaffen. Er war einfach in seiner Wohnung liegen geblieben. Ein Arzt war gekommen, dann ein Zweiter und Dritter, eine Krankenschwester, Freunde, Bekannte, Blumen, Verwandte, Weinflaschen, alles, was eben zu kommen pflegt, wenn ein junger Mann aus guter Familie plötzlich schwer krank wird. Heute Mittag, um halb eins, war es dann vorüber, und er starb. Wir versuchten nun, in dieser Richtung Beobachtungen anzustellen, benahmen uns, wenn der Rechtsanwalt zugegen war, noch zwangloser als sonst. Die Unterhaltung gestaltete sich immer frivoler, es wurde kokettiert und geliebelt, pikante Anekdoten wurden erzählt, kurz, der ganze Ton kam bedenklich herunter. Bei unseren Waldspaziergängen veranstalteten wir gemeinsame Luftbäder auf Waldwiesen. Aber der Rechtsanwalt machte alles fröhlich und unbefangen mit und genoss es sichtlich, sich in einem Milieu zu bewegen, das raffinierte Kultur atmete und doch von jeder Konvention frei war. Nur wenn vom Baden die Rede war, zog er sich nach wie vor verstimmt zurück. Endlich sind wir in der Lage, unseren Lesern über den allgemein mit Spannung erwarteten Sensationsprozess gegen Herrn A.L. Die genannten Persönlichkeiten standen bekanntlich unter der erdrückenden Anklage in idealer Konkurrenz miteinander, nämlich Herr A.L. als Herausgeber der Zeitschrift und die Gräfin R. als Verfasserin des inkriminierten Artikels ein erschwertes Verbrechen der Gotteslästerung, im Zusammenfluss mit einem qualifizierten Vergehen wieder die öffentliche Ordnung, im sachlichen Zusammenhang mit einem Vergehen des Groben und Fuchs verübt durch die Presse begangen zu haben. Das jüngste Gericht Es war am Vorabend des jüngsten Gerichts. Petrus und der liebe Gott pflogen Rat miteinander. Sie waren in einiger Verlegenheit, wie die Sache gehen sollte. Petrus, wie soll es nur werden, seufzte der liebe Gott. Wir sind gar zu sehr aus der Zeitanschauung herausgekommen. Und da kommen nun alle diese modernen Menschen und sind eine ganz andere Art von Rechtsprechung gewöhnt. Und wir, Petrus hat erst schweigend zugehört, dann seufzte er. Gottvater, wir sollten einen Staatsanwalt zum Beistand haben. Wir saßen noch lange beisammen. Aber es kam weder ein Gespräch noch sonst etwas zustande. Wir starrten nur in unsere leeren Gläser oder stierten uns mit somnambulen Blicken an, verneigten uns altfränkisch und eckig gegeneinander, nach links, nach rechts und über den Tisch hinüber, Dienerten unaufhörlich, nickten mit den Köpfen wie chinesische Porzellanfiguren und schnarrten in mechanischer Ergriffenheit. Habe die Ehre. Rabenschnabel. Frau Rabenschnabel. Rabenschnabel. Schnabel. Bis der graue Morgenschein durch die Fenster drang. Das war's, glaube ich. Das war's, okay. Also, ja, ich würde es gerne sagen. Ja.